So, ist es wieder umgestellt. Oh, Vollbild. Und ich bemerke direkt schon, also ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt ein bisschen weiter entfernt ist. Ist das euer erstes Mal in Kejistan? Ja. Ach, da oben, der Wegpunkt. Beste. Ich bin in meinen jüngeren Jahren selten weiter als in die Westmarke gekommen. Nachdem der Orden mich aufgenommen hat, gab es kaum Gründe zu reisen. Gut, von hier aus kann ich auch direkt eine Aufnahmepause machen. Aber 1 Stunde 15, dann wird eine Folge ja nur 15 Minuten lang. Nee, dann mach ich noch 15 Minuten lang ungefähr. Äh, weil ich möchte. Gucken, wie es da mit dem NVIDIA Hochleistungsprozessor läuft. So, da können wir verkaufen. Ach ja, der verkauft ja gar nicht. Boah, ist da grad verdammt langsam. Man trägt mich richtig auf. An den meisten meiner Waren klebt fast kein Blut mehr. Fast kein Blut mehr, auch gar nichts. So, das hat auch noch, das hat auch noch, das hat auch noch, auch noch. Auch, auch, äh, auch, auch. Auch, mhm, auch. So, mal gucken, hat der irgendwas? Rüstung. Ne, hat der auch nicht so gut aus, ne? Schatte hier, aber Geschicklichkeit, das ist eine Geschicklichkeit. Immer nur Geschicklichkeit. Was macht denn Geschicklichkeit bei mir? Schutz, okay. Gehen wir mal unten zum Markt. Und davor machen wir nochmal eben unsere Juwelen. Fehlt auf der Rubin. Genau, kann gemacht werden. Fehlt auf das man hat, kann auch gemacht werden. Fehlt auf der Topaz auch. Ähm, ansonsten, nix, ne? Damit ist nichts. So, wir haben ja einen freien Sockelplatz hier und da. Gucken wir mal, was das alles so macht. So, fehlerhafter 10 plus Stärke. Das ist ja nicht, ja, also, heißt ja 10 plus Stärke, weil ein Kopf, obwohl ein Kopfschutz, ne? Ist das ja, hört die Grundmöglichkeit mal an, ne? Schaden von grittischen Treffern und Funktionen. Oh, okay. 5 prozent Leben, 5 prozent Leben, ja. Sollt dieser Wert auf 0 sinken, sterbt ihr. Och, danke. Äh, Ödigung mehr. Ne, Moment, das hier, ne? Boah, das ist krass. Dann tun wir mal den hier da rein. Was? Da stand doch gerade noch bei Kopfschutz. Ah, sinnlos, na egal. Oder war das bei dem? Ne. Zinsintelligenz. Ah, Zinsintelligenz. Das können wir brauchen. Belunkert. Beklunkert. Achso. Jetzt haben wir auch noch mehr Schaden deswegen, glaube ich, ne? Yo. Weil Intelligenz macht uns ja Schaden. Was ist denn der Erfolg, den wir gerade bekommen haben? Beklunkert. Sockel jeden der folgenden Juwelentypen. Achso. Achso. Hier habe ich auch übrigens meine anderen, alle Ziele, ne? Leider im Korbmodus wieder. Yo, den Schlechter habe ich ja übrigens auch schon. Ja, achso. Normal im Korb. Ja, das weiß ich, ja. Gut. Ich habe inzwischen schon 1160 Punkte. Weiß nicht, ich habe das vieles. Und wir laufen gerade in Zeitlupe. Das ist ja unglaublich, ja. Ganz ehrlich. Uh. Was war das denn jetzt? Äh. Gehen wir hier rein? Ja, genau. Ich wollte ja kurz da rein. Wollte irgendwas machen hier, ne? So. Ich möchte mit meinen Barbaren weiterspielen. Gerade habe ich irgendwie Lust damit. Und deswegen... Ach ja, und ich bin mir inzwischen sicher, dass diese Azshara da auch im Diabend 2 war dritter Akt. Na egal. Ähm. Gut. Rüstung hat der jeweils. Achten wir, 19... 29? Ne. 33. Ne. Äh. 50. 21. 24. Ja. Wie viel? Nö, nö. Ähm. Ja, der hat auch nichts Gutes für mich, ne? Gehen wir mal weiter. Sie könnten uns bestimmt nicht aufhalten, wenn wir alle gleichzeitig die Tore stöhnen. Ja, das stimmt. So, äh. Wie heißt der? Warum seht ihr euch nicht, weil kein Deum steht Farbe verwurscht? Vampir auf der Kulschmühre. 26,5, aber in Zweihand. Zweihand. Einhand. 28,0. Hm. Hm. Ist sogar besser. Na ja. Hm. Nee. Lass ich mal. Rüstung hat auch nichts Gutes. Färbemittel brauche ich gerade nicht. Das will ich auch nicht haben. Nee. Gegenstück zurückkaufen will ich auch nicht. Was habe ich nochmal gesucht eigentlich? Hm. Egal. Reden wir mal mit der Krümelchen. Neue Waren. Seht sie euch an? Ich habe gehört, ihr seid aus Tristram hergekommen. Richtig gehört. Meine Familie kommt von dort. Diese Gegend ist wirklich vom Pechverpack nicht. Ja, jetzt mal. So, 36, 36, 36, 36, 38, 38, 160. Nee, oh nee, möchte ich nicht. Würzglocke. Ach. Guck mal, das ist ein Teil von diesem Hürdenstab. 100.000 kostet das nur. Und kann man schließen auf den Augen und läutet dies. Das wird eigentlich an einem weit, weit entfernten Ort tragen. Und okay. Da weiß ich ja schon mal, wer die verkauft. Die Würzglocke. Reparieren kann die auch nichts. Weil ich ja auch nichts habe. Und ansonsten, sag ich mal, ich mach mal kurz eine Aufnahmenpause und teste dann mal wieder mit dem Nvidia Hochleistungsprozessor, wie es dann läuft. Aber wir haben zu essen und zu trinken. Ja, Moment, dreht man hier eben zu Ende. Ja. Ach, jetzt mal. Gut, ich sag da mal, ich mach eine Aufnahmenpause. Moment. Ich? Naja, ich seh ja ganz cool aus. Ja, Mädchen, was willst du eigentlich, ja? Hochnäsig. Na, egal. Okay, ich mach da eben eine Aufnahme. Eben, ne? Ich mach eine Aufnahmepause von der Session. Die nächste Session mach ich dann... Morgen oder so gucken. Ja, und dann würde ich mal sagen, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.